Ich flieg wieder Jets. Ich verpanzer. Nyauuu. 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 Ey, ich sticker die Laterne, ist wieder unser Störber. Ich muss... Ich komme. Alter, ihr. Das war meiner, der lebt noch da hinten. Nein, nicht wieder deine Waffe. Ey, jetzt klaut der mir. Ihr klaut mir den da hinten. Ah, der ist sowieso fast kaputt. Ja, das ist der Kopp umgemacht. Digga, hast du gesehen, wie er da rüber gerutscht ist? Sehr. Uff. Aus der Luft beam! So, glaub ich hätte das wohl gar nicht geben. Ey, safe Digga. Dann machen die Geld. Oh, kannst du nicht als Ultimate... Jetzt Ultimate-Besitzer ehen kostenlosen Server erstellen? Glaube nicht. Höh! What the fuck? Klippt das mal bitte jemand? Steck aus dem Panzer, Digga. Und flieg einfach 100 Meter weg. Der Enterhaken ist ja richtig scheiße hier. Der Enterhaken ist ja richtig scheiße hier. Ich sag einfach zu, dass du mich damit umgehen kannst, ja. Nee, der geht nicht so weit. Ja, wie weit sollte er denn bitte gehen, hä? Ich hab keine Ahnung, 200 Meter oder was weiß ich? Jaaaa. Oh mein Gott, Digga, Digga, holy shit, let's go! Ich sollte wenigstens ein großes Haus hochkommen, ein Hochhaus. Ich hab mich in der Luft geschossen. Ich hab mich in der Luft geschossen. Ich hab mich in der Luft geschossen. Also wo ich gesprungen bin. Oh! Louis! Haha! Ich hab den Typen einfach meiner medizinischen Spritze getötet. Was labert der da? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, Digga, was sieht jetzt denn hier gerade ab? Ich hab den hier einfach gehört. Hey, was hat der denn da um für einen Hubschrauber? Boah! Haha! Digga, was versaits? Haha! 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 Digga, wirklich das hier gehört. Haha! Haha! Haha!